Den kennen wir doch, das ist doch, ich kenn dich doch, aber das ist doch... Quichotte, 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 warst du das? Hast du uns hier reingezarrt in deinen Keller der Unmöglichkeiten? Aufhören, nach Dulcinea zu suchen, ist geboren. Aber Leute, da drinnen im Roman ist das gedacht, aber hier, hier ist das echte Leben, hier ist das echte Leben. Sagt mal Leute, sind wir schon drin? Wo drin? In der Mission. Na klar, sind wir schon drin in der Mission. Wo denn sonst? In welcher Mission? In der Mission, Don Quichotte, von der Landschaft, von Miguel, von Cervantes, von Costa Piedra, von vor Hunderten, von Jahren, von der Idee her, von der Fiktion, in diese Wirklichkeit hier zu zerren. Kein Raubzug geht hier und jetzt zu Ende. Genau das ist doch Glück, da drin liegt es doch, das Glück. Leute, ist das kompliziert. Ja, das ist ja das Schöne. Was ist denn daran das Schöne? Dass wir in dieser Angelegenheit zu keinem Punkt kommen werden. Was ist ja das in der Situation? iss sollst du malchen? Was ist nur Nmöglich, das ist ja das Schöne ist der Einstimm Unten. Dass wir in dieser Angelegenheit zu sehen müssen. Don Quynhol w ≫